Seit 40 Jahren helfen unsere beliebten Aloe Vera Getränke vielen Menschen in der ganzen Welt dabei, sich besser zu fühlen und besser auszusehen. Wir sind stolz darauf, dass wir durch unser innovatives Produktionsverfahren diese wohltuenden Getränke jetzt mit noch mehr reinem Aloe Vera Gel und auch ohne den Zusatz von Konservierungsstoffen anbieten können. Das neue Produktionsverfahren beginnt auf unseren Plantagen. Wenn eine Aloe Pflanze reif ist, werden die unteren Blätter von Hand geerntet, bevor sie einem strengen Reinigungs- und Kontrollprozess unterzogen werden. Innerhalb von 6 Stunden nach der Ernte wird jedes Blatt von Hand filetiert, um sicherzustellen, dass nur das reine innere Aloe Vera Gel in unseren Produkten verwendet wird. Das Aloe Vera Gel gelangt dann in unsere neue hochmoderne Anlage, wo es kurz blitzpasteurisiert wird, um Bakterien zu reduzieren und die Frische sowie die Nährstoffe der Aloe zu erhalten. Direkt nach der Verarbeitung wird das Gel im Container für den Transport abgefüllt. Die Container mit dem Gel werden zu den Petra-Pack-Einrichtungen geliefert, in sterile Tanks mit knapp 76.000 Liter Fassungsvermögen gepumpt und mit den anderen Zutaten der jeweiligen Formel vermischt. Während des gesamten Verfahrens werden Proben entnommen und sichergestellt, dass die Formel alle Produktspezifikationen und strengen Qualitätsanforderungen erfüllt. Nach Abschluss der Tests wird die finale Rezeptur ein zweites Mal blitzpasteurisiert, um die frischen Aromen einzuschließen und höchste Qualität zu garantieren. Danach gelangt die Mischung zur Abfüllanlage und wird verpackt. Auf sterilen Rollen mit Verpackungsmaterial entstehen jeweils 5.200 Getränkekartons. Unter sterilen Bedingungen formt die Vakuumfüllmaschine das flache Verpackungsmaterial zu Behältern und verschließt sie an einem Ende. Die Aloe Gelformel fließt in den geformten Behälter und zum Abschluss des Verpackungsprozesses wird in einer sterilen Kammer der Deckel durch Vakuumversiegelung über die Folienöffnung platziert. Deine Lieblings Aloe Vera Getränke ohne Zusatz von Konservierungsstoffen sind jetzt bereit, um in die ganze Welt verschickt zu werden. Dieses neue Produktionsverfahren ist der jüngste Fortschritt in der Herstellungstechnologie und ermöglicht es uns, die Kraft der Aloe so pur wie in Natur zu dir zu bringen.